So, 321, willkommen zurück zu Metal Gear Survive und wir haben es endlich geschafft in diese beschissene Villa oder nach oben zu kommen bei der Villa, aber es geht noch höher. Deshalb erstmal den wegjagen. Mein Plan ist eigentlich hier ganz nach oben zu kommen. Lager-Einheit für Zaubersturm. Reicht das hier? Sauerstoff. Komm, wir lassen uns nochmal fallen. Sauerstoff voll. Jetzt nachdenken, wie bin ich vor uns gelaufen, dass ich plötzlich dahin kam. Ich bin nach der Seite linken gegangen. Nein. Ich bin nach hier hinten gelaufen. Genau. Hier hinten, dann hier hoch. Lauf, lauf, lauf. Das ist schon Zeit zu sparen. Hier rein, da runter. Hier außen rum. Ziel ist es immer noch aufs Dach zu kommen. Nein. Verdammt. Ja. Dumm. Dumm. Viehste. Sauerstoff haben wir noch. Oh nein. Verdammt. Nächste Tür. Hier ist nichts weiter. Und weitere Tür. Wir kommen schon immer höher. Wir kommen schon immer höher. Und ich glaube jetzt nicht hier oben. Dann erstmal aufmachen. Endlich haben wir es geschafft, auf der Ruine hochzuklettern. Dass wir da durchs halbe Haus müssen, hätte ich nicht erwartet. Das dauert schon echt lange, doch auch noch viel Sauerstoff. Rezept. Schulter. Materialbehälter. Jawohl. Blutungskit. TNT. Mörser. Mörser. Okay. Es ist da abends. Ist hier nen Hund drin? Antibiotikum. Hm. Komm wir stecken erstmal alles rein hier. Wir können ja erstmal n bisschen Wasser trinken. Ich habe natürlich gehofft, ich finde hier 66... äh... 762... äh... Munition, beziehungsweise das Rezept dafür... Was dann nicht der Fall war... Vielleicht kommt dann auch hier was. Hier kommen wir erstmal... Gegenhauen... Bandagen, Energydrink... Wickel, Gegenmittel... Lappen... Napolm... Ich nehme den ganzen Scheiß jetzt hier mit... Scheiß drauf... So... Sonst war hier echt nichts mehr... Gut, hier geht's nicht lang... Könnte ich mich... Da... Langkangeln irgendwie? Ne... Gut... Dann... Gehen wir nochmal ein Stück innen lang... Ist ein Sauerstoffbehälter noch da unten... Ne... Okay... Der ist weg... Jetzt nicht ganz so tragisch... Hier hoch... Das hatten wir gesehen... War manchmal... Hier... In... Container... Die Frage ist... Oh... Kann ich da rüber... Boah... Wahrscheinlich nicht... Und runter springen... Ist echt... Ein wenig weit... Oh Gott... Dann... Erstmal hier... Hier... Ist zu... Die Treppe auch zu... Äh... Quatsch... Die Tür... Auf der Karte mal schauen... Das wäre der Bereich... Container... Nö... Dann springen wir mal gemütlich... Hier... Runter... Und gehen nach Hause... Ich habe zumindest genug gesehen... Spreng... Äh... Schieß... Schieß Zeugs... Sprengstoff... Glasfaser... 96%... Ähm... Tragikapazität... So... Der Bomber scheint nicht da zu sein... So... Schaffen wir es noch mit 20% Sauerstoffen nach Hause... Sollte eigentlich... Bequem zu machen sein... So... So... Na komm... Oder... Wir markieren mal... Das... Mal... Packen wir uns einfach noch ein bisschen... Sauerstoff... Ein... Hier haben wir... Kuwan-Punkte aus... Oh... Okay... Krasser Sprung... Hier geht es wohl nicht hoch... Dafür hier... Hintereingang... Von dem Lager... Oder... Nee... Wir... Wir müssen da hoch... Kommen... Wohl auch nicht... Nein... Machine... Kommen... 90% Leer... Kommen... Das war's. Der ist hinter dem Baum da, okay, weg mit dir, geht mir ja noch nicht mehr um die Kuban-Energie, sondern wirklich rein, nur um die Pfeile. Dummes Ding. Jetzt nichts weiter. Gut, dann jetzt aber ins Lager. Wenn ich schon nicht hier hochkomme. Es muss einen Weg geben. Wahrscheinlich noch viel früher. Vielleicht hier schon irgendwo hoch. Keine Ahnung. Naja. Schauen wir mal was es hier noch zum mitnehmen gibt. Sauerstoff haben wir ja. Erstmal ein paar Reserven zumindest. Nichts. Hier ist nichts, da ist nichts. Auch weniger als nichts. Schotiges Wasser, kein Interesse. So, erstmal nach Haus. Material abgeben. Äh, so. Dann schauen wir mal was herstellen. Können wir jetzt noch ein paar Pfeile machen. So. Container ist aufgetaucht. Container. Okay. Auf zu den Containern. Ja, schon gesehen. Okay, es regnet. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ah! Scheiße. Hier ist hier doch was. Oh. Verschissene. Schwinnendinger. Okay, ich... Finendinger. Was? Ich hab mich abgemeldet? Nein! Ach, kommt. Leute. Ich hab... Was hab ich denn falsches gedrückt? Na gut. Tschüss und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Untertitelung. BR 2018